Hallo liebe Heli-Freunde und wieder einmal heiße ich euch willkommen zu einem neuen DVD Projekt von mir und diesmal geht es um das Microbeast Flybarless System und zwar natürlich um das Setup des Microbeastes. Das Microbeast ist ein Dreiachsen-Kreiselsystem, das zum Steuern eines Pitch Helis mit einem Flybarless Kopf benötigt wird oder andersherum gesagt, benutzt ihr das Microbeast, dann müsst ihr zwingend einen Flybarless Kopf haben, ist ja ganz klar. So, dann kann man noch anmerken, dass das Microbeast keine Flughilfe ist, also es steuert den Heli nicht wieder in die horizontale Lage, wenn ihr die Knüppel loslasst, es hilft euch nicht beim Fliegen lernen, so wie andere Flybarless Systeme und Flughilfen, es sind dann ja mehr Flughilfen, das tut das Microbeast nicht. Ich will damit sagen, könnt ihr mit einem Paddel-Heli noch nicht richtig fliegen, dann werdet ihr auch mit dem Microbeast noch nicht so richtig fliegen können und müsst viel üben. Und das MB hat also im Prinzip zwei grundlegende Modi, einmal eben als Flybarless System und eben als Heckkreisel. Man kann nämlich das Microbeast auch als Heckkreisel verwenden, natürlich an einem Paddel-Heli. Falls ihr zum Beispiel noch kein Flybarless Heli bauen wollt, könnt ihr euch schon das Microbeast mal kaufen und als ganz normalen Heckkreisel verwenden. Und auch für Besitzer des Empfängers AR7200BX ist diese DVD sicherlich was, da könnt ihr diese DVD auch benutzen, denn im AR7200BX ist ja das Microbeast verbaut und das Setup erfolgt genau so bis auf ein oder zwei kleine Feinheiten, die ich aber dann noch im Laufe der DVD erwähnen werde. Ja, meine Lieben, das war es fast zum Intro. Ganz erwähnenswert wäre sicherlich noch, dass diese DVD für die Firmware-Version 3.x.x gemacht worden ist. Es ist also, oder es muss also eine 3 vor dem Punkt stehen. Habt ihr andere Firmware-Versionen, könnt ihr diese DVD natürlich leider nicht gebrauchen, da die Setup-Reihenfolge und die Setup-Einstellung teilweise anders verlaufen. Ja, und nun kann ich euch nur noch viel Spaß, viel Geduld und viel Erfolg wünschen beim Setup des Microbeastes von BeastX. Ja, der Einbau des Microbeastes, das ist keine schwere Aktion und wird natürlich mit dem mitgelieferten Pad bewerkstelligt. Und wie ihr das Microbeast anbauen könnt, das zeige ich euch mal kurz. Das MB sollte, also das Microbeast, sollte an einer Vibrationsarmstelle angebracht werden. Zum Beispiel hier auf der Gyro-Plattform. Es kann flach aufgebaut werden oder es kann auch horizontal aufgebaut werden. Das ist egal. Wichtig dabei ist, dass das Microbeast immer parallel zu den Steuerachsen, zum Beispiel für Roll und für Nick, stehen sollte und eingebaut werden sollte. Also nicht irgendwie so schräge oder vielleicht kommt mir auch jemand auf die Idee, das Ding so komisch merkwürdig hochkern einzubauen oder so einzubauen, völlig verkehrt. Es muss parallel zu den Steuerachsen des Helis sein oder im Prinzip auch parallel zur Rotorwelle. Die Kanten des Microbeastes. So, dann kann man das Microbeast, wie ja schon erwähnt, auch hochkern einbauen und auch da ist darauf zu achten, dass ihr das Microbeast nicht einfach hier so quer ranklebt, weil das gerade so toll passt, sondern auch in diesem Fall muss das Microbeast natürlich parallel zu den Steuerachsen sein. Und die Kabel des Microbeastes, die dürfen entweder nach hinten gucken oder sie dürfen auch nach vorne gucken, aber sie dürfen nie zur Seite gucken. Also nicht so. Ich werde mein Microbeast so einbauen, denn ihr seht es schon, die Kabel kommen von hinten und das wird wunderbar passen. Ja, und zum Schluss des Einbaus noch eine kleine Bemerkung. Die Kabel, die zum Microbeast hinführen, ich habe sie noch nicht angesteckt jetzt natürlich, ich nehme das mal weg, die sollten in einem, so jetzt kann man es sehen, die sollten in einem lockeren Bogen zum Microbeast hinführen. Also nicht die Kabel hier direkt hinter dem Microbeast antackern oder mit dem Kabelbinder festzuhren, denn sonst übertragen sich Vibrationen auf das Microbeast. Der Bogen darf nicht zu eng sein, aber der Bogen darf auch nicht zu weit sein, dass vielleicht Schwingungen von den Kabeln auf das Microbeast übertragen werden können. Ja, liebe Leute, wenn ihr das so beachtet, dann sollte es eigentlich mit dem Fliegen des Microbeastes überhaupt keine Probleme geben. Und das war es jetzt vom Einbau des Microbeastes am Beispiel meines T-Rex 450 Pro. Jo Mann, bevor das nun in das Eingemachte geht, kann es eventuell Sinn machen, ein Firmware-Update zurückzuführen am Microbeast und eventuell die Firmware abzudaten, falls eine ältere drauf ist. Und für Leute, die dieses USB-Interface ihr eigen nennen, ist das natürlich kein Problem, denn die können und vielleicht haben sie es auch schon, das Software-Bundle, das Software-Update-Bundle installiert und können anhand dessen natürlich die Firmware-Version feststellen. Für alle anderen gibt es natürlich auch mal wieder eine Lösung, denn das Microbeast, das zeigt beim Initialisieren die Firmware-Version an, in einer ganz bestimmten Art und Weise, etwas gewöhnungsbedürftig und ich werde es euch gleich mal zeigen, was denn da so angezeigt wird. Ja, die Firmware-Version, die wird ja bei der Initialisierung des Microbeast angezeigt und besteht insgesamt aus drei Ziffern, wobei es eine Ziffer immer vor dem Punkt gibt, also zum Beispiel 3.08. So, und wie geschieht das jetzt? Und zwar durch die Kombination von bestimmten Leuchtdioden. Die Stelle vor dem Punkt wird von A bis G angezeigt, die erste Stelle nach dem Punkt, also die rechte Stelle in dem Fall, wird von H bis N angezeigt und die zweite Stelle nach dem Punkt wird wieder nach Drücken des Buttons in der Reihe A bis G angezeigt. Ja, und das alles auch noch im binären Zahlensystem, meine Lieben. Wir haben ja das dezimale Zahlensystem, also wir haben Ziffern von 0 bis 9 und können dort alle Zahlen darstellen in unserem täglichen Leben. Das binäre Zahlensystem, das kennt nur zwei Ziffern, denn 0 und 1 sind die Ziffern des binären Zahlensystems. Das verwende die Computertechnik, also entweder ist eine Leuchtdiode an oder es ist eben eine Leuchtdiode aus oder es ist ein Speicher belegt, zum Beispiel im Computer, oder ein Speicher ist nicht belegt. Damit kann halt der Rechner alle Zahlen, alle möglichen Zahlen darstellen. Und das funktioniert so, jeder Diode ist eine Wertigkeit zugeordnet. Zum Beispiel dieser ersten ist die Wertigkeit 1 zugeordnet, der B ist die Wertigkeit 2 zugeordnet, der C ist die Wertigkeit 4 zugeordnet und der D ist die Wertigkeit 8 zugeordnet. Ihr seht, das verdoppelt sich immer. Dasselbe gilt auch für H. H hat die Wertigkeit 1, I hat die Wertigkeit 2, J hat die Wertigkeit 4 und ihr ahnt es schon, und K hat die Wertigkeit 8. So, die Leuchtdioden, die leuchten, repräsentieren dann halt immer bestimmte Zahlenwerte und diese Zahlenwerte werden dann zusammengezählt. Leuchten zum Beispiel die Diode A und die Diode B, Wertigkeit 1 plus Wertigkeit 2 ergibt eine 3. Im Binärzahlensystem wäre das eine 3. Das würde dann die Softwareversion 3 Punkt darstellen. Würde hier überhaupt nichts leuchten, also alles aus, denn wenn nichts leuchtet, ist es eine 0, dann wäre das die Wertigkeit, vielmehr die Zahl 3 Punkt 0 und das Firmware, die Firmware Version 3 Punkt 0. So, ich habe mir das Microwave auf den Schalter gepackt und schalte das jetzt mal an und ihr könnt gleich sehen, was da leuchtet. So, jetzt wird die Firmware angezeigt. A und B leuchten und jetzt geht es schon weiter. Das geht so schnell, da kann man gar nicht hinterher gucken. Ihr habt es aber gesehen, die Dioden A und B haben geleuchtet, Wertigkeit 1 plus Wertigkeit 2 ist Wertigkeit 3 und der andere Zweig von H bis N war komplett dunkel. Das heißt, ich habe die Software, die Firmware Version 3 Punkt 0. So, um jetzt auch noch die dritte Stelle rauszukriegen, schalte ich das nochmal an und während der Initialisierung muss man auf den Button drücken. Dann hat man nämlich die dritte Stelle der Firmware Version. Das mache ich gleich mal. Firmware Version wird angezeigt. Ich drücke. So, und jetzt habe ich die dritte Stelle. Die Status LED blinkt und das würde jetzt heißen, ich habe also, die leuchtet nicht, Wertigkeit 1 leuchtet nicht, Wertigkeit 2 leuchtet auch nicht, Wertigkeit 4 leuchtet auch nicht, Wertigkeit 8 leuchtet. Also, das Microbeast will mir hiermit mitteilen, das soll eine 8 darstellen. Somit habe ich die Firmware Version 3 Punkt 0.8 im Microbeast. Ja, meine Lieben, das war es soweit zur Firmware Version. Drückt man jetzt nochmal auf den Taster, dann bekommt man die Data Version angezeigt. Das funktioniert genauso. Im Binärsystem müsste die Leuchtion wieder zusammenzählen. Die Stelle A bis G steht wieder für die erste Ziffer, die Stelle H bis N für die zweite Ziffer. Und ich drücke nochmal, dann habe ich die Hardware Version. Das funktioniert wieder genauso. A bis G, die erste Ziffer, H bis N die zweite Ziffer, Darstellung im Binärsystem. So, und ich drücke nochmal und die Initialisierung fährt weiter fort. Er wird jetzt nicht zu Ende initialisieren, weil mein Sender aus ist und ich einfach bequemer so arbeiten kann. Ich habe das Ding ja über so einen Schalter versorgt zur Zeit. Ist für mich halt bequem zum Filmen. So, ich schalte das alles aus und wir wissen jetzt, was hier für eine Firmware Version drauf ist, nämlich die 3.08. Ja, meine Firmware, die ist veraltet und ich möchte natürlich updaten. Und dazu brauche ich das Update-Bundle von Beast XCOM und das Update-File. Das Update-File, das bekommt man neuerdings nur noch, wenn man die Seriennummer vorher eingibt. Und die Seriennummer, das kann ich gleich mal zeigen, die befindet sich entweder auf dem Karton hier irgendwo drauf. Die ist unwahrscheinlich lang. Oder auch natürlich könnt ihr die Seriennummer mit der Update-Soft verauslesen und das ist der Weg, den ich gehen werde, denn die ist irre lang und ich mache das über Copy and Paste. Also lade ich mir erstmal das Update-Bundle runter, installiere es auf dem Rechner und dann sehen wir weiter, gell? So, ich bin jetzt auf der Beast X Seite, der Seite von MicroBeast und brauche das Software-Update-Bundle. Und zwar genau das hier. Dies Teil, Beast X Software Bundle MicroSettings & Updater. Download-Button drücken und die Datei auf dem Rechner speichern, da wo ihr sie wiederfindet. Und wenn das Ding drauf ist, dann wird das Ding installiert und das führe ich gleich mal vor. Ja, ich habe das Fall natürlich schon runtergeladen gehabt. So heißt es, Beast X Software Bundle MSI, das ist ein Microsoft Installer. Und dann werde ich das Ding jetzt mal installieren, gell? So, das Beast X Update Bundle ist jetzt installiert und besteht aus einmal dem Beast X Updater, seht ihr hier, und einmal aus den Beast X Micro Settings. Ja, das hilft uns aber noch nicht allzu viel, denn der USB-Treiber ist noch nicht installiert. Unter Windows wird er nicht automatisch mit installiert. Das muss man per Hand erledigen. Und dazu geht man auf, jedenfalls bei mir, Windows 7, alle Programme in den Ordner Beast X und Treiber Installation. Dann sollte der Treiber installiert werden. Bei mir hat es nicht geklappt, und das zeige ich euch auch mal, Error, insufficient privilege. Das heißt, der Rechner gibt mir keine Privilege, den Treiber zu installieren. Na, das werden wir aber gleich mal sehen. Ja, die Treiberinstallation, die hat erstmal nicht geklappt, aber davon lasse ich mich ja nicht abhalten. Ich werde also jetzt die Original-USB-Treiber-Datei aufsuchen. Das habe ich auch schon gemacht. Bei mir befindet sich diese Datei auf Computer, lokaler Datenträger, Programme X86, Beast X, Driver. Dort gibt es eine Datei, CP210XV und so weiter, Installer Exit. Und das ist die USB-Treiber-Installer-Datei. Würde ich die jetzt anklicken, hätte ich genau dasselbe Ergebnis. Kein Zugriff. Aber ich sage, ich möchte diese Datei als Administrator ausführen. Ihr seht es hier, als Administrator ausführen. Das habe ich schon gemacht. Es hat geklappt und das brauche ich nicht weiter vorzuführen. Okay, und somit ist die Welt wieder in Ordnung. Mann, also das war ja schon wieder ein Akt. Okay, aber die Installation des Treibers hat anscheinend geklappt. So, um jetzt weiterzufahren, steckt ihr den Stecker in den Sys-Eingang des Microbeasts und das andere Ende, also den USB-Adapter in den USB-Port des Laptops oder PCs. Und dann kann man das Programm starten, das Update-Programm und alles ist in Ordnung. Jo, okay, mal sehen, ob es geklappt hat. Ich werde jetzt mal den Beast X-Updater starten. Mal ein bisschen hinschieben hier. Ja, und jetzt muss man noch ein USB-Interface auswählen. Hier ist jetzt eine neue Nummer erschienen oder ein neuer Port, COM3-Port. Und ihr seht, der Update, der hat schon die ganzen Daten geladen vom Microbeast. Hardware-Version 1,1. Applikation 3,08. Also die Firmware, wie ich hier vorhin schon rausbekommen habe, ist 3,08 und somit richtig. Jo, liebe Leute, es hat also doch noch geklappt. Und jetzt werde ich als nächstes erst mal mein Update-File runterladen. Und ihr werdet jetzt auch sehen, warum ich erst die Software installiert habe und dann mir das File runtergeladen habe. Okay, und gleich geht das weiter. Ja, ich bin inzwischen wieder auf der Beast X-Seite gelandet. Seht ihr ja. Und jetzt sauge ich mir das Update-File runter. Und zwar versteckt sich das hier, GetFilmware Version V3. Ich klicke einmal rauf und jetzt seht ihr auch, ihr müsst eine Seriennummer eingeben und eure E-Mail-Adresse eingeben, auf Submit drücken und dann bekommt ihr das File zugesandt. So, und ich kann mir jetzt hier wunderbar, ich führe es nochmal vor. Die Seriennummer, die markiere ich mir hier nämlich jetzt und sage STRG C, bei Windows heißt Kopieren und wechsle wieder auf die andere Seite und sage STRG V, Seriennummer einfügen. Gebe hier meine E-Mail-Adresse ein, das mache ich jetzt nicht. Drücke auf Submit und das Update-File wird mir per E-Mail zugesandt und dann sehen wir weiter. Ja, inzwischen habe ich mein Update-File bekommen. Oder für mich, ich hatte es ja schon. Und dann starte ich jetzt den Updater, wähle meinen Port aus, den COM3-Port und öffne jetzt das Update-File. Das hat die Endung UPD. Da ist es. Ich habe das schon vorkonfiguriert. Die Verzeichnis-Pfade. Markiere es. So, und jetzt sollte das Update-File hier erscheinen. Und die Applikationsversion, die neue ist 3,012. Und die alte Version, die ich drauf habe noch im Microbeast, ist 3,08. Also die ist ein bisschen neuer. Und ich würde jetzt sagen Start Update. Ready to rumble. Are you sure? Ich möchte von 3,08 auf 3,012 update. Ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. So. Jetzt haben Sie gerade ein paar Servicebeweg dahinten. Und hier unten läuft ein Prozess. Progressbar durch. Prozessbar. Device updated successfully. All in score. Ja, und da ich nur das glaube, was ich sehe, werde ich das mal schließen. Werde den Updater neu starten. Wähle meinen Comport aus. Und siehe da, ab die Korruptionsversion, also Firmware-Version, ist aktuell 3,012. Ja, meine Lieben, und somit bin ich auf den neuesten Firmware-Stand mit leichten, leichten Problemen in der Anfangsphase. Und bei dem ganzen Update-Sedario, da muss das Microbeast natürlich logischerweise unter Spannung stehen, gell? So, und nun noch ein wichtiger Hinweis für die AR7200BX-Besitzer. Die brauchen nämlich ein spezielles Update-Bundle. Und das befindet sich auf der Webseite ar7200BX.beastx.com. Dort müsst ihr auch wieder eure Seriennummer von eurem Empfänger eingeben. Dann könnt ihr euch das Update-Bundle runterladen und auch die dazugehörige Update-Datei. Das ist wichtig zu beachten. Also, ihr könnt nicht die Sache von BeastX im Prinzip der Originalseite nehmen. So, ja. In diesem Kapitel geht es um die Sender-Grundeinstellungen. Denn damit das Microbeast mit dem Sender vernünftig zusammenarbeitet, müssen am Sender einige Einstellungen vorgenommen werden. Das ist nicht schwierig. Und das zeige ich euch gleich mal, wie ich das bei mir gemacht habe. Ja, ihr seht hier meine Futaba T8FG. Und am besten, man legt sich ein neues Modell im Sender an, denn dann stimmen schon mal die meisten Einstellungen. So, und ob das stimmt, das werden wir jetzt mal kontrollieren. Das Microbeast braucht zum Beispiel einen Taumelscheibentyp. 90 Grad 1 Servo. Das schaue ich mal nach. Der heißt bei mir H1. Bei vielen anderen Funken kann der auch heißen eben 90 Grad 1 Servo. Denn die Signale von der Futaba und auch natürlich von eurem Sender, die müssen ungemischt an das Microbeast rausgegeben werden. Auch das schauen wir uns hier kurz nochmal im Servomonitor an. Okay, alles klar, wieder zurück. Weiter geht's in der Kontrolle. Schauen wir mal weiter, was wir da sonst noch so haben. Des Weiteren müssen, fange ich da mal mit an, die Servomitten aller Servos, die müssen auf 0 stehen. Das tun sie hier. Okay. Dann ist meine Servoumpolung ist auf normal gestellt von allen Servos. Dann die Endpunkte der Servos, die müssen auf 100 Prozent stehen. Das wäre also die mittlere Reihe hier. Diese hier, die ist 100 Prozent. Alles klar, in Ordnung. Das stimmt auch. Und ich kann wieder zurück. Des Weiteren sollte eine lineare Pitchkurve eingestellt werden. Wie hier zu sehen, bei mir geht sie von minus 100 bis plus 100. Das kann vielleicht bei euch anders sein. Vielleicht geht sie da nur von 0 bis 100. Das ist egal und unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller. Meine geht halt von minus 100 bis plus 100 und sie muss linear von unten nach oben verlaufen, um das Microbeast richtig einstellen zu können. Ja, auch das ist gewährleistet. Werfen wir kurz nochmal einen Blick auf die Gaskurve. Da verhält es sich genauso. Meine Gaskurve geht auch von 0 bis 100 und ist für die ersten Versuche erstmal optimal eingestellt, was sicherlich aber auch nachher noch geändert wird. Und wieder zurück. Und aus. Jetzt noch ein wichtiger Punkt. Für das Grundsetup des Microbeasts sollte man sich Kreislempfindlichkeiten einstellen. Und zwar einmal im Heating Hold und einmal im Normal Mode und sich das auf einen Schalter legen zum Beispiel, um das umschalten zu können. Denn für die Einstellung braucht man den Normal Mode und zum Fliegen nachher den Heating Hold auch AVCS Mode genannt. Okay. Und das werde ich jetzt mal machen. Ich gehe mal ins Kreiselmenü rein bei mir. Und ich habe meine Kreislempfindlichkeiten auf einen Schalter gelegt. In diesem Fall auf den Flugzustandsschalter habe mir 40% im AVCS Mode eingestellt und 40% im Normal Mode. Somit kann ich zwischen AVCS Mode und Normal Mode hin und her schalten. Und die Welt ist in Ordnung. Ganz wichtig noch, wie hier gut zu sehen, alle Trimmungen sollten auf neutral stehen. Am besten man schaltet die Trimmung ganz aus und ganz ab, weil das Microbeast nämlich keine Trimmung verträgt. Man darf also weder für Nick Roll und für Sec darf man keine Trimmung am Sender vornehmen. Das bringt das Microbeast nämlich durcheinander und wird von ihm als Steuerbefehl interpretiert. Also meine Lieben, alle Trimmungen auf Nullstellen neutral oder eben am besten ganz ausschalten. Ich habe meine Trimmung ganz ausgeschaltet, denn bei der T8FG ist das ohne weiteres möglich. Ja, ganz wichtig ist eben, dass am Sender keine Mischung eingestellt wird und dass ein Taubelscheibentyp von 1 Servo 90 Grad eingestellt wird, der bei mir eben H1 hieß und dass alle Trimmungen auf neutral und Null stehen. Und dann kann fast nichts mehr schief gehen. Ja, das Microbeast bietet ja die Möglichkeit, verschiedene Empfänger anzuschließen. Und zwar unterscheiden wir da zwei große Gruppen, nämlich einmal die Standard-Empfänger, was der Auslieferungszustand des Microbeastes ist. Und zum Zweiten die große Gruppe der Single-Line-Empfänger. So, und wenn ihr jetzt einen bestimmten Empfängertyp angeschlossen habt, dann müsst ihr das dem Microbeast natürlich mitteilen. Und das geschieht im Setup, im Empfänger-Setup. Aber bevor das damit losgeht, ein kleiner Überblick über die ganze Empfängergeschichte. Ja, Leute, hier mal eine kleine Empfängersammlung und das Microbeast thront mittendrin. Wischen weit über Empfänger. Ja, also Standard-Empfänger sind also alle Empfänger, die über einen Krabelbaum, ich habe es euch hier mal aufgebaut, mit dem Microbeast verbunden sind. Dazu gehört zum Beispiel dieser Futaba-Empfänger, dazu gehört auch dieser Spektrum-Empfänger. Denn bei diesen beiden Empfängern und bei diesem Empfängertypen wird jeder einzelne Kanal über ein separates Kabel mit dem Microbeast verbunden. In diesem Fall haben wir hier halt fünf Kanäle. Denn drei Kanäle werden gleichzeitig über ein Kabel übertragen an das Microbeast. Alle Empfänger, wie zum Beispiel dieser Futaba-Empfänger, der über ein einzelnes Kabel mit dem Microbeast verbunden wird, und auch dieser Spektrum-Satelliten-Empfänger, das sind Single-Line-Empfänger. Und die zeichnen sich halt dadurch aus, dass die ganzen Kanäle hintereinander, wie zum Beispiel Perlen auf einer Schnur zum Microbeast übertragen werden. Zu diesem Spektrum-Empfänger kann ich noch sagen, dass der in Verbindung mit dem Microbeast nur für eine Größe bis 450er Helis zulässig ist. Alles Weitere ist sehr, sehr fragwürdig. Ich rate also von ab, diesen Empfänger oder diesen Satelliten für große Helis zu benutzen. Und ich werde auch auf der DVD, auf diesen Spektrum-Empfänger, nur marginal weiter darauf eingehen. So, nun kann es aber auch vorkommen, dass ein Single-Line-Empfänger nicht nur einen Single-Line-Ausgang hat oder 1, 2, 3 zusätzliche Servo-Anschlüsse, sondern noch mehr Servo-Anschlüsse oder Ausgänge hat, so 809. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn so ein Empfänger zu behandeln? Da sage ich euch, das ist ganz klar, wie das zu behandeln ist. Denn schließt ihr so einen Empfänger über ein einzelnes Kabel, so wie hier, mit dem Micro-Beast zusammen, dann ist es für das Micro-Beast ein Single-Line-Empfänger und schließt ihr so einen Empfänger, ihr wisst, was jetzt kommt, über einen Kabelbaum an das Micro-Beast an. Das ist jetzt so ein Beispiel, das ist jetzt kein Single-Line-Empfänger. Dann ist das für das Micro-Beast ein Standard-Empfänger. Okay, soweit, so gut. Jo, Anschluss eines Spektrum-Satelliten-Empfängers an das Micro-Beast, das werde ich nur kurz behandeln, da ich leider kein Adapterkabel habe. Ja, aber erstmal ein paar Worte noch zum Satelliten-Empfänger, denn wir müssen dem Micro-Beast mitteilen, dass wir einen Satelliten anschließen möchten. Und dazu müssen wir in das Empfänger-Menü oder in das Empfänger-Setup reingehen. Und wie kommen wir da rein? Indem wir den Button drücken und das Micro-Beast unter Spannung setzen. Dann blinkt die Leuchte oder A, die sagt uns, wir sind im Empfänger-Setup-Menü drin. So, und durch langes Drücken, mein Schraubendreher, durch langes Drücken des Buttons, kommen wir zum nächsten Einstellpunkt, drei oder vier Sekunden. So, der wäre in diesem Fall violett, jedenfalls soll das violett sein. Und das sagt uns, ein Spektrum-Empfänger ist angeschlossen. Okay, und durch nochmaliges Drücken kommen wir zum nächsten Menüpunkt. Und die rote Leuchttiode, die sagt uns jetzt, dass wir kein gültiges Empfängersignal vorliegen haben, weil das Ding ist nicht angeschlossen, weil ich nämlich kein Kabel habe. So, und jetzt kann ich drücken, so viel ich will. Ich komme einfach nicht weiter. Liebe Leute, das tut mir leid. Ich kann euch leider diesen Punkt nicht vorführen. Aber jedenfalls das Wesentliche habe ich schon mal erzählt. Der Spektrum-Satellit, der ist ja nur bis zu einer 450er-Heli-Größe zugelassen. Das ist wichtig, denn bei größeren Helis ist die Empfangssicherheit nicht gewährleistet. So, und er wird über ein spezielles Adapterkabel an das Microbeast angeschlossen, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Ich habe dieses Kabel leider nicht, deswegen kann ich das Ding auch nicht anschließen. Und der Spektrum-Satellit kommt an den Eingang DI1 an das Microbeast hier ran. Und für die Bindung wird der Beinplug in den Sys-Ausgang gesteckt. Ja, um vor den Binden ist es ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Habt ihr einen DSM-II-Satelliten oder einen DSM-X-Satelliten? Denn das Microbeast unterscheidet bei der Bindung zwischen diesen beiden Satellitentypen. Und entscheidend ist eben nicht, was ihr bei euch im Spektrum-Sender eingestellt habt, denn entscheidend ist nur, was ist das für ein Satellit, ein DSM-II oder ein DSM-X-Satellit. Und die Bindung, die geht dann eigentlich genauso vonstatten, wie man es von den Spektrum-Anlagen gewohnt ist. Ja, und wie hier gezeigt, kann man zum Beispiel für den Bindevorgang das Microbeast über den Channel 5 mit Spannung versorgen. Ja, liebe Leute, das war es kurz und knackig über Anschluss eines Spektrum-Satelliten. Tut mir ja nur leid, dass ich es nicht vorführen kann, die Bindung zum Beispiel, weil ich leider dieses Adapterkabel nicht habe. Für weitere Infos muss ich euch leider dann auf das Manual verweisen. Speziell für die Bindung gibt jetzt ein Kapitel, binden eine Spektrum-Satelliten-Empfängers im Microbeast-Manual. Kommen wir jetzt zum Anschluss eines Standard-Empfängers über einen Kabelbaum an das Microbeast. Ja, aber bevor wir nur weitermachen, müssen wir erstmal schauen, ob im Microbeast auch ein Standard-Empfänger eingestellt ist. Denn wir wollen ja einen Standard-Empfänger verkabeln, in diesem Fall mein Futaba R617. So, und dazu müssen wir erstmal ins Empfänger-Menü rein oder ins Empfänger-Setup. Dazu drückt man den Taster und schaltet das Microbeast an. Dann flasht die LED A und die sagt uns, wir sind im Empfänger-Setup drin und die Status-LED, die ist in diesem Fall dunkel oder aus. Das bedeutet, wir haben einen Standard-Empfänger eingestellt. Das ist auch die Werkseinstellung. Jo, ihr könnt also diese Einstellung vornehmen, ohne einen Empfänger angeschlossen zu haben. Und ein weiterer Druck auf den Button beendet das Setup. Das Microbeast geht in den Stand-by- oder Ruhezustand sozusagen und ihr könnt das Microbeast ausstellen. Klick und wir können weitermachen. Der Kabelbaum, der wird in das Microbeast gestöpselt. Und zwar kommt ein Kabel in den AIL-Port, was gleichbedeutend ist mit Aileron und das heißt wiederum Roll. Das zweite Kabel kommt in den ELE-Port, das heißt Elevator und ist gleichbedeutend mit Nick. Und das dreifach gesplittete Kabel mit den drei Einzelsteckern kommt in den AUX, Pitch und RUD-Port und wird auch entsprechend gleich angeschlossen. Und das zeige ich euch, welche Farben wohin kommen. Ja, fangen wir mit dem AIL-Kabel an. Das bedeutet ja Roll. Roll und ihr seht, ich habe hier einen Futaba-Empfänger, meine Lieblingsanlage. Roll ist bei Futaba oder auch Aileron der Port Nummer Rho 1 und rein damit. Das zweite Kabel, das war ja das Elevator-Kabel, ist für Nick zuständig. Und das ist bei Futaba, jetzt muss ich mal mit den Flossen davor, der Port 2, der ist für Nick zuständig. So, nun haben wir noch das Dreierkabel und zwar da ist die Farbe Orange, das ist jene hier, die ist fürs Heck zuständig. Und bei Futaba ist das Heck natürlich der Kanal 4. Und dann geht es weiter mit dem Gain-Kanal, dem Gyro-Gain, das ist das braune Kabel. Und das ist bei Futaba, muss ich mal wieder mit den Flossen davor, der Kanal 5. Und dann bleibt das rote Kabel über. Das ist für Pitch-Kanal zuständig, das kommt in den Pitch-Kanal des Empfängers rein. Und das ist bei Futaba der Kanal Nummer Rho 6. Ja, und jetzt zockele ich mal meinen Regler hier vor. Mein Motorregler, ihr seht ihn da. Der Motorregler, der kommt in den Empfänger rein. Und zwar, das ist bei Futaba der Kanal 3 und auch bei vielen anderen. So, und dieser Motorregler hat eine interne BIC. Das heißt, über dieses Kabel wird der Empfänger mit Spannung versorgt. Und über diesen Kabelbaum wird das Microbeast mit Spannung versorgt. Und somit ist die gesamte Spannungsversorgung für diese Miniaturanlage auf meinem Tisch gewährleistet. Jo, jetzt gibt es ja noch ein anderes Szenario. Und zwar der Motorregler, speziell bei größeren Helis. Der hat keine interne BIC. Somit kann er in diesem Fall unsere kleine Miniaturanlage hier nicht mit Spannung versorgen. In diesem Fall wird das Microbeast, ich zeige es mal hier, ich habe hier einen Akku. Ich simuliere mal eine externe BIC. Wird das Microbeast am Port oder über den Port SYS mit Spannung von der externen BIC versorgt. Das ist das Kabel, das simuliert meine externe BIC. Und die Spannung wird über diesen Kabelbaum zum Empfänger weitergeleitet. Und somit ist auch wiederum die gesamte Spannungsversorgung meiner kleinen Miniaturanlage auf dem Schreibtisch hier gewährleistet. Und die Sache müsste eigentlich funktionieren. Ja, kleiner Test. Ich kann das ja mal anschalten eben. Zack, ich dunkel das mal ab, sonst seht ihr nichts. So, ja, also das Microbeast hat schon mal Saft. Mein Empfänger, die Leuchtiode könnt ihr leider nicht sehen. Das muss ich mal ein bisschen wegrücken hier. Ich glaube, da kann man sie erahnen, die Leuchttiode. Ihr seht es, da lampt was rot. Auch mein Empfänger wird mit Spannung versorgt. Okay, auch in dieser Konfiguration arbeitet das System. Natürlich läuft das Licht jetzt dauernd hin und her, weil ich keinen Sender an habe und der Empfänger keine vernünftigen Signale rausgibt. Und nun noch ein kurzes Wort zum Schluss. In dieser ganzen Konfiguration, also Standard-Empfänger-Verkabelung, findet die Failsafe-Einstellung über den Sender-Empfänger statt. Und nicht über das Microbeast, da ja der Motorregler immer noch am Empfänger angeschlossen ist. Okay, und was ist nun Failsafe? Failsafe ist eine Sicherheitseinstellung in Empfängern, die dafür sorgt, dass bei fehlendem Empfangssignal der Motor ausgeht. Das dient der Sicherheit und dient natürlich dazu, dass den Leuten nicht der Kopf vom Hals gehauen wird, wenn so ein Heli runterkommt. Und meistens nimmt man die Failsafe-Einstellung im Sender vor und die wird dann im Empfänger gespeichert. Wie genau in diesem Fall. Und falls euch bei der Verkabelung irgendwie was unklar ist, liebe Leute, dann schaut bitte ins Manuel rein, ins deutsche Manuel. Da ist das nämlich teilweise super, super gut bebildert, wie das denn alles so anzuschließen ist. Und es kann auch wirklich nicht schaden, ab und zu mal einen Blick ins Manuel zu werfen. Ja, Anschluss eines Single-Line-Empfängers. In meinem Fall ist es ein Futaba S-Bus-Empfänger. Die Single-Line-Empfänger, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie über ein einzelnes Kabel mit dem Microbeast verbunden werden. Und sie kommen an den Port DI1 des Microbeastes ran. So, nun ist ein ganz wichtiger Punkt noch zu beachten. Da ihr ja die Kanäle nicht so stecken könnt, wie ihr sie braucht, müsst ihr anhand des Manuels mit den Tabellen, die dort drin sind, überprüfen, ob euer Sender mit der Kanalbelegung des Microbeastes übereinstimmt. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr erstmal eine rauchen und seid glücklich. Und wenn dem nicht so ist, dann muss die Kanalzuordnung im Microbeast noch geändert werden. Das werde ich aber noch zeigen. Und bemerken kann man jetzt noch, dass für Flybarless-Systeme, das muss ich unbedingt noch sagen, es immer eine ausreichende Spannungsversorgung geben muss. Vor allen Dingen, wenn die Helis größer werden und ganz extrem, wenn die Helis auch noch HV-Service haben. Dann müsst ihr immer für eine ausreichende Spannung sorgen. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann sollte man noch eine zusätzliche Leitung ans Microbeast legen, an den SYS-Eingang. Denn die Spannung sollte dahin kommen, wo sie gebraucht wird, meine lieben Geld. Das ist zu beachten. Die Spannungsversorgung bei Flybarless-Systemen ist wirklich ein sehr, sehr kritisches Thema. So, und nun geht es aber los mit der Verkabelung eines S-Bus-Empfängers und den verschiedenen Verkabelungsvarianten. Ja, aber bevor es weitergeht, muss natürlich dem Microbeast mitgeteilt werden, was für einen Empfängertyp wir benutzen möchten. Und in diesem Fall muss jetzt zwingend schon ein Single-Line-Empfänger, in diesem Fall ein Futaba S-Bus-Empfänger, angeschlossen sein. Und zwar habe ich ja schon alles erklärt, über ein einzelnes Kabel an den ELE-DI1-Port. Und die Spannungsversorgung ist gewährleistet durch dieses Kabel über einen Schalter, geht in meinen S-Bus-Empfänger rein und über das S-Bus-Kabel dann weiter zum Microbeast. Somit sind beide Komponenten mit Spannung versorgt. Und jetzt Sender an, klickt meine Futaba T8FG an. Und jetzt wechseln wir gleich mal in das Empfänger-Menü, in das Empfänger-Setup-Menü. Und dazu drückt man den Taster runter, schaltet die Spannungsversorgung an und wartet. Und ihr seht, zurzeit ist noch ein Standard-Empfänger eingestellt, denn die Status-LED leuchtet nicht. Die Leuchtdiode A blinkt, das heißt eben, wir sind im Empfänger-Setup-Menü drin. So, wir wechseln jetzt die Empfänger-Typen, indem wir den Button für mehr als drei Sekunden drücken. So, dann kommen wir zum nächsten Empfänger-Typ, das ist Violett, den wollen wir nicht haben. Dann halten wir nochmal für drei oder mehr Sekunden gedrückt. Das ist jetzt Rot blinken, das ist in diesem Fall ein Futaba S-Bus-Empfänger. Ein weiterer Druck auf den Taster bringt uns zur Kanalzuordnung. Und eine blau leuchtende Diode sagt uns, es liegt ein gültiges Single-Line-Signal vor. Würde diese Diode jetzt rot leuchten, würden wir kein gültiges Signal haben. Und ihr müsstet mal eure Verkabelung überprüfen oder überprüfen, ob ihr überhaupt den richtigen Empfänger-Typ eingestellt habt. Bei mir ist das in Ordnung. Ich könnte jetzt die Kanäle zuordnen, die Microbeast-Kanäle zu den Sender-Kanälen, falls sie nicht passen. Meine Kanäle passen zufälligerweise vom Futaba S-Bus-Empfänger und von der Futaba-Anlage. Somit drücke ich einmal auf den Button und damit überspringe ich diesen Punkt und komme sofort zum Punkt N hin. Denn der Punkt N will einen Fehl-Safe-Zustand einlesen. Das heißt, im Microbeast kann man eine Fehl-Safe-Position speichern für den Regler oder für das Gas-Servo. Und das sollte man eigentlich auch immer machen, auch wenn man es halt nicht braucht. Das heißt, jetzt im Sender einen Zustand herstellen, der die Motorausposition symbolisiert. Mann, das war ja kompliziert ausgedrückt. Auf jeden Fall sollte der Sender so eingestellt werden, dass der Motor aus ist. Und dann drückt man auf diesen Button nochmal. Klick. Und das Microbeast geht in den Ruhe-Zustand. Die Programmierung ist abgeschlossen. Und ich kann das Ding ausstellen. Klick. Noch ein kleiner Hinweis. Im Manual vom Microbeast, da sind ein paar Tabellen hinterlegt, in denen drin steht, wie die Kanalzuordnung im Microbeast ist bei Single-Line-Empfängern. Und habe ich ja schon erwähnt, stimmt diese Kanalzuordnung nicht mit eurem Sender überein, dann müsst ihr die Kanäle im Microbeast neu zuordnen. Und das werde ich auch noch im Folgenden irgendwann mal erklären. Ja, die erste Variante ist, der Regler hat eine interne BIC und der Single-Line-Empfänger, so was hier, hat keine zusätzlichen Ausgänge. Meiner hat sie, aber ich tue mal so, als wenn er keine zusätzlichen Ausgänge hat. In diesem Fall, muss ich mir mal meinen Regler jetzt schnappen, kommt der Regler, da ist er, an das Microbeast ran, denn wo soll er auch sonst ran? Es bleibt ja sonst nichts übrig. Und zwar an den Port 5. Okay. Und der Single-Line-Empfänger wird über die Verkabelung mit Spannung versorgt. Der Fehl-Safe-Zustand muss in diesem Fall in dieser Konfiguration am Microbeast programmiert werden, weil ja der Regler direkt am Microbeast angeschlossen ist. Zweites Szenario. Der Regler hat keine interne BIC und der Empfänger hat immer noch keine zusätzlichen Ausgänge. Diese Konfiguration wird auch oft in größeren Verbrenner-Helis gebraucht. In diesem Fall kommt der Regler mal wieder an das Microbeast ran, an den AIL-CH5-Port. Und jetzt brauchen wir noch eine Spannungsversorgung, eine externe, die kommt in diesem Fall, da ist sie, mal eben davor mit den Flossen, an das Microbeast ran, an den Sys-Eingang. Okay. Und in diesem Fall ist der Fehl-Safe-Zustand auch im Microbeast zu programmieren, da ja eben der Regler nicht am Empfänger hängt. Ja, jetzt das dritte Szenario. Der Regler hat eine interne BIC und der Empfänger hat zusätzliche Ausgänge für den Regler und für das Gast-Servo zum Beispiel, so wie in meinem Fall. Dann kommt der Regler an den Single-Line-Empfänger ran, den habe ich schon mal ran gestöpselt, weil ich sonst schlecht rankomme da unten. Und das Microbeast wird dann über dieses Kabel, über das Single-Line-Kabel mit Spannung versorgt vom Regler her. Und der Fehl-Safe findet in diesem Fall die Fehl-Safe-Einstellung am Empfänger und am Sender statt oder am Empfänger mithilfe des Senders. Okay. So, nun noch der vierte Fall. Der Regler hat keine interne BIC und der Empfänger hat immer noch zusätzliche Ausgänge. Auch oft bei Verbrennern-Helis genutzt, diese Konfiguration. Dann kommt der Regler oder das Gas-Servo direkt an den Empfänger ran, weil er ja zusätzliche Ausgänge hat. Hoffentlich auch für Regler und Gas. Und dann kommt die Spannungsversorgung. Die kommt dann direkt wieder ans Microbeast ran, an den Sys-Port. Achtet immer auf die richtige Polung. Masse ist immer unten zum Boden hin. Okay. Und der Single-Line-Empfänger wird in diesem Fall wieder über dieses Kabel hier mit Spannung versorgt. In diesem Fall findet der Fehl-Safe oder die Fehl-Safe-Programmierung wieder am Empfänger statt, weil ja der Regler oder das Gas-Servo direkt mit dem Single-Line-Empfänger vermunden ist. Ja, meine Lieben, die Kanal-Zuordnung vom Microbeast zum Empfänger, die braucht ihr wirklich nur, wenn ihr einen Single-Line-Empfänger einschließt. Habt ihr einen Standard-Empfänger angeschlossen? Braucht ihr den nicht? Könnt rausgehen und spazieren gehen. Und dieses Kapitel getrost überspringen. So, und wie man jetzt die Kanäle vom Empfänger, dem Microbeast, mitteilt, was denn auf welchem Kanal so rüberkommt, das zeige ich euch jetzt im folgenden Witt. Und der Abschluss dieser Zuordnung, das ist dann wieder die berühmte Fehl-Safe-Einstellung. Um die Kanalreihenfolge jetzt für das Microbeast einzulesen, meine Lieben, müssen am Sender einige Vorbereitungen und Einstellungen vorgenommen werden. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euren Sender, wie am Anfang der DVD gezeigt wurde, vorbereitet habt. Ihr müsst am Sender dafür sorgen, dass beim Einlesevorgang des jeweiligen Kanals nur ein Kanal am Sender aktiv ist. So, ich bewege jetzt mal den Gast-Stick. Und wie ihr seht, bewegen sich zwei Kanäle. Das würde das Microbeast durcheinander bringen und es wüsste jetzt nicht, soll ich jetzt Kanal 3 oder 6 wählen? Was soll das eigentlich? Also muss ein Kanal totgelegt werden. Und da ich weiß, dass zuerst der Pitch-Kanal eingelernt wird, werde ich den Gast-Kanal totlegen. Und das mache ich dadurch, dass ich einfach Autorotation aktiviere. Und somit bewegt sich nur noch der Pitch-Kanal. Dass sich Kanal 5 eben bewegt hat, das ist völlig unrelevant. Ja, und jetzt können wir mal gucken, ob sich auch wirklich nur ein Kanal bewegt. Denn, das haben wir ja schon gesehen, das ist der Pitch-Kanal. Das wäre der Eleron- oder der Roll-Kanal. Das wäre der Nick-Kanal oder Elevator-Kanal. Das wäre jetzt der Kanal fürs Heck. Der Ruder-Kanal. So, und den Gen-Kanal, den habe ich mir auf 5 gelegt. Oder wie immer, der ist auf 5. Und den habe ich mir auf den Schalter gelegt und den mache ich umschaltbar. Und ihr seht, auch da tut sich was. Ja, und das wären alle Kanäle und die jeweiligen Ordnung. Denn bei der Kanal-Zuordnung des Microbeasts ist es wichtig, dass sich irgendwas an einem Kanal bewegt und nur an einem Kanal bewegt. Und es ist nicht wichtig, was für ein Wert eingestellt wird. Also Hauptsache, es bewegt sich irgendwo was. Hier bewegt sich Kanal 6 und das Microbeast wüsste in diesem Fall, okay, er will Pitch auf Kanal 6 haben. Jo, und das werden wir jetzt gleich mal gemeinsam fabrizieren. Ihr müsst also dafür sorgen, dass bei der Betätigung eurer Knüppel wirklich nur ein einziger Kanal sich bewegt. So, um nun die Kanalreihenfolge im Microbeast zu ändern und die der Kanalreihenfolge im Sender anzupassen, falls nötig. Bei mir klappt das ja. Ich brauche es nicht, aber ich möchte es mal vorführen. Müssen wir erstmal in das Empfängermenü rein. Das heißt also, Taster drücken und das Microbeast unter Saft setzen. Und ihr seht, die Status LED oder vielmehr die LED A blinkt. Und das bedeutet, wir sind im Empfängermenü drin und die Status LED blinkt rot. Und das heißt für mich, ein Futaba S-Bus-Empfänger ist angewählt. So weit, so gut, okay. Und jetzt steppe ich mal einen weiter, denn jetzt beginnt die Kanalzuordnung. So, ja und eine blaue Leuchtdiode signalisiert, es herrscht reger Verkehr auf dieser Datenleitung, nämlich Kanalverkehr und alles ist in Ordnung. Der Empfänger arbeitet, das Microbeast empfängt was. Und jetzt bedeutet der Punkt B, dass der Pitch-Kanal eingelesen wird. Dazu gehe ich mal zu meinem Sender hin und bediene jetzt mal den Pitch-Knüppel. Achtet darauf, dass ihr wirklich nur den Pitch-Knüppel bewegt. Und ihr seht, die Status LED flasht, das heißt, sie empfängt ein Signal. Und somit wäre der Pitch-Kanal eingelesen und dass Microbeast weiß, alles klar, Kanal 6 meint er als Pitch. Jo, so weit, so gut, auf zum nächsten. Ja, der nächste Kanal, der nächste Punkt wäre C, das wäre der Roll- oder Aileron-Kanal. Das steht ja im Deutsch-Manual so. Und dazu bewege ich natürlich den Roll-Stick. Und auch da werdet ihr sehen, dass die Status LED flasht. Und auf dem Sender bewegt sich nur ein Balken. Ihr braucht es nur einmal machen. Ich spiele so ein bisschen rum jetzt. Und somit wäre da zwei der Kanal zugeordnet. Und jetzt auf zum dritten Kanal. Das wäre dann der Punkt D. Dort wird der Nick- oder Elevator-Kanal eingelesen. Und wie gesagt, achtet darauf, dass ihr wirklich nur einen Kanal ansteuert oder aussteuert. Und auch hier seht ihr, die Status LED flasht, wenn ich einen Kanal betätige. Entscheidend ist eben nicht, welchen Wert ich einstelle oder zu welchen Wert ich fahre. Entscheidend ist eben nur, dass sich was tut. Okay, der Kanal wäre auch eingelesen. So, der nächste Punkt ist dann der Punkt E. Und der Punkt E ist für das Heck zuständig. Da betätige ich natürlich den Hecksteuerknüppel. Und auch dieser Punkt wird eingelesen. Und das Micropist weiß jetzt, okay, damit meint er das Heck. Auf zum nächsten Punkt. Das wäre der Punkt F. Das ist die Kreiselempfindlichkeit. Ja, und die Kreislempfindlichkeit, die habe ich mir auf einen Schalter gepackt. Muss ich mal in den Sender festhalten. Und lege mal diesen Schalter hier oben rum. Und ihr werdet sehen, dass sich auf Kanal 5 was tut. Der ändert seinen Wert. Und auch das registriert das Microbeast. Genau, alles klar. Somit wäre der Kreiselkanal auch zugeordnet. Auf zum nächsten. Das wäre jetzt der Kanal G. Das ist der Gaskanal oder der Kanal für den Motorregler. So, jetzt betätige ich mal meinen Gas-Pitch-Stick. Und ihr seht, Kanal 3 bewegt sich. Das ist mein Motorregler. Aber auch Kanal 6 bewegt sich. Aber liebe Leute, erinnert euch. Kanal 6 ist schon zugeordnet worden. Und wenn ein Kanal schon zugeordnet worden ist, dann wird er nicht mehr berücksichtigt. Also, in diesem Fall wird nur Kanal 3 berücksichtigt. Und der Kanal 3 ist als Gaskanal zugeordnet. Ja, das war es fast. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Den Punkt H. Da könnt ihr einen Zusatzkanal zuweisen. Und wollt ihr keinen zuweisen, dann überspringt das einfach. Nochmal drücken. Kommen wir sofort auf den letzten Punkt. Auf den Endpunkt. Und das haben wir ja schon mal durchexerziert. Hier wird die Fail-Safe-Anstellung im Microbeast gespeichert. Das heißt also, am Sender muss null Gas eingestellt werden. Das habe ich gemacht. Mein Gasknüppel ist auf null. Und ich sage dem Microbeast, alles klar, habe ich gemacht. Das soll meine Fail-Safe-Position sein. Und drücke nochmal rauf. Das Microbeast geht in den Ruhezustand, trinkt erstmal einen Kaffee und sagt, Ey, Alter, kann es ausschalten. Okay. Und somit schalte ich aus. Und alle Kanäle von meinem Sender sind jetzt dem Microbeast bekannt. Das war sie nun. Die Kanalzuordnung vom Sender zum Microbeast. Und jetzt noch eine kleine Bemerkung. Drückt ihr also während der Kanalzuordnung den Taster für drei oder vier Sekunden. Dann werden die Grundeinstellungen oder die Grundbelegung für die einzelnen Empfängertypen und die einzelnen Protokolle geladen. Und das Microbeast springt dann sofort zum Punkt N. Dort werden ja die Fail-Safe-Einstellungen was für ein schwieriges Wort. Die Fail-Safe-Einstellungen noch vorgenommen. Und durch einen weiteren Druck, haben wir schon eben gesehen, da wird das Setup dann beendet. Ja, meine Lieben, kommen wir jetzt endlich zum Wesentlichen, nämlich der Programmierung des Microbeastes. Und das geschieht mit Hilfe des Buttons am Microbeast und mit Hilfe der Sticks am Sender. Man kann das Microbeast oder die Programmierung in zwei grundsätzliche Schritte einteilen. Nämlich einmal die grundsätzliche Programmierung, also das Grundsetup. Und das muss immer durchlaufen werden. Und dann gibt es noch das Parameter-Menü. Das ist so ein Einstell-Menü, womit wir die Flugeigenschaften des Microbeastes und des Helis bestimmen können. Ich habe das Grundsetup, das immer durchlaufen werden muss, egal was ihr sonst macht. Es muss immer, immer, immer durchlaufen werden. Das habe ich in zwei verschiedene Abteilungen aufgeteilt. Einmal die Abteilung Punkt A bis F und einmal die Abteilung Punkt G bis N. Ja, dann kann man noch dazu sagen, zum Setup oder zur Programmierung, ihr könnt die Programmierung immer verlassen, indem ihr komplett bis zum Ende durchsteppt, bis zum Punkt N. Dann noch einmal drückt und dann seid ihr aus der Programmierung raus. Ja, das war es jetzt erstmal das Wesentliche zur Programmierung und dann geht das gleich los. Und beginnen werden wir mit den Punkten A bis F, wo so ein paar grundlegende Einstellungen vorgenommen werden und wo erstmal das Heck behandelt wird. Bevor es aber nur weitergeht, möchte ich euch nochmal kurz zeigen, wie man ein Firmware-Reset durchführt, also sozusagen das Microbeast in den Auslieferungszustand zurückversetzt. Mein Sender ist an, das Microbeast ist an. Ihr seht es, die blaue LED, die lammt. Und um das jetzt durchzuführen, müssen wir in das Grundsetup rein, das heißt also den Taster so lange drücken, bis die LED A, ich werde das mal ein bisschen abdunkeln, bis die LED A leuchtet, dauerhaft leuchtet. Und nun ist es völlig egal, wo wir stehen, an welchem Punkt der Einstellung. Ich gehe mal auf E. Dieser Reset kann an jedem Punkt durchgeführt werden. Und jetzt heißt es, lange drücken, mindestens 10 Sekunden, glaube ich. Dann fangen die Leuchtdioden irgendwann ein Lauflicht an. Und dann ist der Firmware-Reset durchgeführt. Nochmal ein bisschen abwarten. Okay, ihr habt es gesehen. Fertig. Ja, das war der Firmware-Reset fürs Microbeast. Ja, aber Vorsicht, meine Lieben, bei einem Firmware-Reset werden alle Daten auf dem Microbeast gelöscht und nicht nur die Daten, dessen Leuchteode gerade leuchtet. Also alle Daten gehen komplett verloren und die Arbeit von 5 Tagen ist umsonst, ne. So, nun auf in das Grundsetup. Endlich, meine Lieben. Und die Servos sind noch nicht angesteckt. Ja, wie kommen wir jetzt in das Grundsetup rein? Muss ich kurz mal aufstehen, sonst komme ich nicht hin. Wir müssen den Taster für mindestens 3 oder 4 Sekunden drücken, bis die Leuchtdiode A dauerhaft leuchtet. Dann befinden wir uns im Grundsetup in Punkt A. Und zwar, hier wird festgelegt, die Einbaulage des Microbeastes. Und durch den Gearstick können wir die Optionen einstellen. Im Augenblick ist blau angewählt, das heißt flach waagerecht. Dann können wir auch rot anwählen, hochkant senkrecht. Ich wähle blau an, flach waagerecht, denn ich baue mein Microbeast flach waagerecht ein. Und das ist auch die Werkseinstellung. Ja, und jetzt auf zum nächsten Menüpunkt, dem Menüpunkt B. Einmal drücken des Tasters. Und der beschreibt die Taumelscheibenservos-Ansteuerfrequenz. Dort haben wir 6 Optionen und können wieder durch den Gearstick die verschiedenen Optionen auswählen. Wir können von 50 Hertz wählen bis 200 Hertz wählen. oder Leuchteode aus-eigenen, heißt, ihr könnt eine eigene Frequenz eingeben. Dazu braucht ihr aber die Software vom Microbeast. Könnt ihr euch bei Microbeast oder vielmehr bei Beast X kommen runterladen. Okay, ich werde einmal kurz durchsteppen, um euch das zu demonstrieren. Wir hatten jetzt eine blaue. Ich gehe einfach mal durch und zeige euch, was passiert. Die verschiedenen Optionen werden durch die verschiedenfarbige LED angezeigt. Ich muss eine blaue... Entschuldigung, ich muss eine blaue... Also 200 Hertz können meine... Also werde ich eine blaue LED einstellen. Okay, das habe ich hiermit gemacht. So, und ihr müsst natürlich wissen, welche Ansteuerfrequenz eure Servos können. Da geht ihr auf die Microbeast-Seite, äh, Beast X.com und schaut mal nach. Da gibt es nämlich eine Servotabelle. Oder falls dort nicht vorhanden, das Servo dann mal googeln. Und falls auch da nicht gefunden, dann bitte an den Hersteller wenden. Falls ihr das überhaupt nicht rauskriegt, ist es erstmal besser, 50 Hertz einzustellen, denn da kann nichts schief gehen. Und die 50 Hertz, das ist auch die Werkseinstellung. Der nächste Menüpunkt, der ist eigentlich auch recht einfach. Das ist der Menüpunkt C im Grundsetup. Das ist der Hex-Servo Mittenimpuls. Und der legt fest, wann das Hex-Servo seine Mitte hat. Bei den meisten ist es 1520 Mikrosekunden. Das ist auch die Werkseinstellung. Ich zeige euch nochmal eben, was man da einstellen kann. Wir können da vier Optionen einstellen. Einmal aus, heißt eigene. Und ihr seht es ja oben an der Tabelle, was man da noch so einstellen kann, an der eingeblendeten Tabelle. So, ich steppe mich noch einmal durch. Und ich werde blau wählen, 1520 Mikrosekunden. Und das war es auch schon für diesen Menüpunkt. Beim nächsten Menüpunkt können wir wieder lustige Frequenzen einstellen. Und zwar geht es diesmal um die Hex-Servo Ansteuerfrequenz. Ich steppe mal zu D hin. Genau, da haben wir wieder sechs Optionen zur Auswahl. Ihr seht sie in der Tabelle, in der eingeblendeten. Oder schaut auch einfach ins Manuell nach. Und wie gesagt, vergewissert euch, dass euer Servo auch diese Frequenz vertragen kann. Ich muss 333 Hertz einstellen. Denn das ist für mein Servo richtig. Ich werde einmal durchsteppen, damit ihr seht, was passiert. Es ist ja immer schön zu sehen, wenn sich irgendwas tut, gell? Also ich muss blau blinkend haben. So, blau blinkend Licht an. 333 Hertz. Und das war es erstmal zur Frequenz. Okay, für die nächste Aktion müssen wir also erstmal das Hex-Servo in das Microbeast stecken. Und das kommt an den Port CH4. Wenn das Hex-Servo unter Saft steht, dann sollte das Hex erstmal mechanisch eingestellt werden. Das heißt, die Anlenkung, die sollte im rechten Winkel zum Servo-Horn stehen. Passt das bei euch nicht, dann müsst ihr erstmal das Servo-Horn bearbeiten und runternehmen und so raufstecken, dass es annähernd passt. Oder am besten, dass es super passt. Eventuell mit ein bisschen Subtrimm für das Hex nachhelfen, damit der rechte Winkel erreicht ist. Ja, und danach ist das Heck gemäß den Manual-Spezifikationen eingestellt. Die meisten Manuals sagen ja, dass die Hecksteuerbrücke genau in der Mitte stehen soll oder die Schiebehülse. Man kann es auch so machen, dass man ein bisschen Vorspur einstellt. Und Vorspur heißt, das Heck oder die Heckblätter pusten schon mal in die Richtung, um den Gyro zu unterstützen, also in die Richtung, die dem Drehmoment entgegenwirken. Bei Helis ist es ja so, das Drehmoment bei rechtsdrehenden Hauptrotoren, das Heck möchte nach links drehen, also in meine Richtung in diesem Fall. Und der Rotor muss halt dagegen pusten. Man stellt ein bisschen Vorspur ein, indem man die Einstellwinkel so verändert, dass er halt ein bisschen dagegen pustet. Mal sehen, ob ich es hier sichtbar machen kann. Und zwar, ein bisschen Vorspur ist dann eingestellt, sieht man nicht unbedingt sehr gut. Ich werde das noch einmal rumdrehen. Wenn das vordere Heckrotorblatt ein bisschen zu mir hin zeigt, also ein bisschen zur linken Seite, jetzt auf dem Monitor gesehen, dann hat man ein bisschen Vorspur eingestellt. Und damit ist die Heckeinstellung, also die mechanische Heckeinstellung, erst mal erledigt. So, nun auf zum nächsten Menüpunkt. Das Heck ist erstmal mechanisch soweit eingestellt und das ist der Menüpunkt E. Das sind die Heckrotor-Endausschläge oder die Heckrotor-Limits. Ich werde mal einen weiter steppen zu E. Und die erste Aktion, die wir natürlich machen müssen, ist zu überprüfen, steuert unser Heck eigentlich in die richtige Richtung. Wenn wir zum Beispiel Gier nach rechts geben, dann sollte ja der Heli, also die Nase des Helis, auch tunlich nach rechts fliegen. Und das kann man jetzt durch Überlegen rauskriegen, wie muss denn das Heck pusten, wenn wir rechts steuern, damit die Nase nach rechts geht und auch das Heck nach links natürlich. Hierfür gibt es einen einfachen Test. Gilt für rechtsdrehende Hauptrotoren und linksdrehende Heckrotoren, die an der rechten Seite angeschlagen sind. Wir steuern mal eben Gier nach rechts. Und wenn sich das eingeklappte Hecksteuerblatt, so wie es hier zu sehen ist, auch nach rechts bewegt, dann stimmt die Steuerrichtung. Ich steuere nach links mit dem Gierknüppel und das Heckblatt bewegt sich nach links. Liebe Leute, ihr müsst von hinten aus gucken, denn der Heli steht spiegelverkehrt zu euch. Das stimmt schon so. So, also meine Steuerrichtung stimmt. Und falls das bei euch nicht der Fall ist, dann müsst ihr im Sender, die Laufrichtung des Heck-Servos umkehren. Das ist bei jedem Sender ein bisschen anders, aber im Prinzip, ich denke, ihr werdet das hinkriegen, gell? Also falls es nicht stimmt, die Steuerrichtung, Laufrichtung des Heck-Servos einfach irgendwo im Servomenü umpolen. Ja, und stimmt jetzt die Steuerrichtung am Heck, dann können wir nun endlich mal die Limits einstellen. Das wird natürlich auch wieder mit dem Gear-Stick erledigt. Wir fahren also das Heck in eine Richtung rüber und stellen uns das ein, so wie wir es brauchen. Es sollte nicht anschlagen. Und dann wird irgendwann die Status-Led, die sich übrigens unter dem Klebeband befindet, das dient nur zum Film. Also ich stelle das mal so ein. So, warte einen Augenblick, dann muss sie irgendwann flashen. Jetzt hat sie geflasht. Ich habe es gesehen. Okay, die eine Seite ist eingelernt. Fahren wir mal zur anderen rüber. Da biegt sie schon wieder die Anlenkung durch. kräftiges Servo. Okay, Stück zurück. Loslassen, zwei Sekunden warten oder so. Dann flasht die Status-Led und das sagt uns, okay, auch diese Seite ist eingelernt. Ich führe es nochmal vor. Ihr könnt das auch wiederholen. Ihr könnt hin und her fahren mit dem Stick. Seht ihr ja. Denn das ist eine wichtige Sache, die Limits einzustellen. Aber erst dann, wenn das Heck mechanisch justiert worden ist. So, die Seite stimmt jetzt. Die Status-Led flasht. Und ich fahre rüber. Zur anderen Seite. Und lasse das so stehen, das Heck. Warte. Die Status-Led flasht. Okay, und somit sind beide bei der Limit-Richtung eingestellt. So, der letzte Punkt im ersten Setup-Teil. Das ist der Punkt Nr. F. Ich steppe mal hin. Und ihr seht, es hat sich was getan am Heck. Jetzt gilt es festzustellen, ab die Sensor-Werkrichtung des Gyros, das Heck auch so ansteuert, dass der Gyro oder das Heck dem Drehmoment entgegenwirkt. Das kann man dadurch feststellen, dass man das Heck bewegt. Und der Test funktioniert genauso, wie eben bei der Steuerrichtung des Helis. Wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich mache es mal so. Nö, ich mache es mal so. Ich ziehe den Heli zu mir hin. Und das kann man schlecht sehen. Das Heck bewegt sich oder das Blatt bewegt sich auch zu mir hin. Das heißt also, die Steuerrichtung stimmt. Stimmt sie bei euch jetzt nicht, die Steuerrichtung, dann könntet ihr das durch den Gear-Stick umstellen. Jetzt ist die Leuchtdiode blau. Jetzt würde sie nicht stimmen. Ich ziehe das Heck zu mir. Und das Heckblatt geht von mir weg. Ich schiebe das Heck weg. Und das Heckblatt geht zu mir hin. Jetzt kann man es sehen. Ja, jetzt sieht man es. Okay, das wäre verkehrt. So würde das Heck sozusagen noch einen draufkriegen und sich wie ein Brummkreisel im Kreis drehen. Ich wechsle auch wieder meine Richtung am Gyro. Und zwar auf Rot. Und somit stimmt das wieder. Okay, liebe Leute. Und das war nun der erste Teil. im Grund-Setup. Falls bei euch andere Gegebenheiten herrschen, Heck anders angeschlagen, Rotor dreht anders, müsst ihr halt überlegen, wie das Heck zu pusten hat, um dem Drehmoment entgegenzuwirken, damit der Gyro richtig arbeiten kann. Und jetzt folgt der zweite Teil der Programmierung, G bis N, wo halt der Rest des Setups durchlaufen wird. So, meine Lieben. Bevor es nun aber weitergeht mit dem Grund-Setup, dem zweiten Teil, müssen wir erst mal die drei Tommelscheiben-Servos anschließen. Das habe ich natürlich schon mal gemacht. Und zwar kommt das rechte Roll-Servo, hier hinten, kommt an den Port Nr. 3 ran. Das linke Roll-Servo kommt an den Port Nr. 2 ran. So, hier ist er. Und das Nix-Servo, das steuert ja die Tommelscheibe hier in der Mitte an, das kommt an den Port Nr. 1 ran. Und das Heck-Servo, das war ja schon angeschlossen, das steckt nämlich am Port Nr. 4, am CH4. Jo, meine Lieben, die Servos sind angeschlossen und nach einer kurzen Pause mache ich jetzt weiter mit dem Grund-Setup. Ihr könnt auch sehen, dass man das einfach verlassen kann. Man braucht es nicht in einem Rutsch zu Ende machen. Ich muss mich also jetzt vorarbeiten zum Punkt G, denn der Punkt G, der ist jetzt fällig und dran. So lange drücken, bis LED A leuchtet. So, okay. Und dann zum Punkt G hinsteppen. Nochmal. Jo, jetzt sind wir am Punkt G angelangt und dort können wir einstellen, erstmal die Servohörner, wir müssen sie raufsetzen, dass sie ungefähr im rechten Winkel zum Anlenkgestänge stehen. Dann können wir, oder müssen wir sogar, die Servohörner trimmen, denn sie werden sicherlich nicht auf Anhieb passen. Und dann wird die Taumelscheibe eingestellt in diesem Punkt und zum Schluss des Punktes G wird dann einfach mal kurz und knackig 0 Grad Pitch am Rotorkopf eingestellt. So, die Status LED, die Lampen nicht, die ist aus und das bedeutet eben, die Servos, die stehen in einer Neutralposition und die Hörner müssen jetzt eben so raufgesteckt werden, dass sie möglichst rechtwinklig zum Gestänge sind. Das ist Zufall, wenn es passt und wenn das eben nicht passt, dann könnt ihr die einzelnen Servos mit dem Gearstick anwählen und das macht man dadurch, dass man einfach den Gearstick nach links oder rechts drückt. Es gibt ein kleines Zucken vom Servo, das dann sagt, Hallo, ich fühle mich angesprochen. Ich steppe einmal komplett durch. So, das war einmal das Next-Servo, links hinten. Dann war es das linke Roll-Servo. Jetzt ist es das rechte Roll-Servo und wir haben wieder, leuchtet die Auto aus, das wäre also die Neutralposition. Ich möchte jetzt einmal dieses Servo hier bearbeiten, denn das steht ein bisschen zu hoch. So, dann gehe ich mal wieder zu dem Servo hin, linke und das rechte Roll-Servo. Ihr könnt vor und zurück navigieren. Das fühlt sich jetzt angesprochen und jetzt stellt ihr mit dem Nick-Stick das Servohorn so ein, ich werde es mal eben vorführen, ihr könnt rauf und runter fahren, stellt ihr das so ein, dass der rechte Winkel zum Anlenk-Gestänge gegeben ist. Jo, werde ich mal sehen. Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ja, das kann ich ganz schlecht beurteilen von der Kamera aus hier. So, ich würde sagen, das passt. Ja, okay. Das macht ihr dann mit den anderen Servohörnern auch und wenn das geschehen ist, wenn also die Servohörner alle im rechten Winkel oder ungefähr im rechten Winkel zu den Gestängen stehen, dann müsst ihr eure Taumelscheibe gerade ausrichten. So, da ist sie natürlich logischerweise. Ich war eben nicht im Bild mit dem Schraubendreher, dass sie sowohl für die Nick-Steuerrichtung wie auch für die Roll-Steuerrichtung gerade steht. Jo, auf zum Einstellen des Taumelscheibenmischers im Menüpunkt H. Schief drauf, mal gerade rauf machen. So, genau. Im Menüpunkt H wird der Taumelscheiben-Mischer eingestellt oder vielmehr der Taumelscheiben-Typ. Stellt also die Taumelscheibe ein, die für euren Heli gültig ist. Das könnt ihr bei euch aus dem Menü eventuell erfahren. Und stellt halt dann diesen Taumelscheiben-Typ ein. Voreingestellt ist eine Taumelscheibe von 120 Grad und meine Servus-Signo so vor sich hin. Das werde ich auch so belassen. Aber ich werde kurz mal vorführen, wie das denn so funktioniert. Nämlich wieder mit dem Gear-Stick. Dort kann man nämlich durch die Optionen steppen. Vergleicht mit der Tabelle, was für Taumelscheiben-Typen das halt sind, die angezeigt werden. Okay, ich brauche eine rote, eine 120 Grad Taumelscheibe und die habe ich jetzt auch eingestellt. Und nochmal eine Bemerkung. Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass im Sender kein Mischer eingestellt wird. Es darf kein Taumel-Typen-Mischer äh, kein Schaumel-Typen, das ist gut. Es darf kein Taumelscheiben-Mischer eingestellt werden und die Signale müssen ungemischt an das Microbeast gesendet werden. Jo, das war es auch schon mit Einstellung des Taumelscheiben-Mischers und dann gibt es gleich den nächsten Menüpunkt. So, kommen wir jetzt zum nächsten Menüpunkt, dem Menüpunkt I im Grundsetup. Ich steppe mal hin. Okay, jetzt sind wir bei I und dort kontrollieren wir, ob die Taumelscheibe sich auch richtig bewegt. Alle Servos müssen erstmal in die gleiche Richtung laufen. Welche Richtung das ist, das ist zur Zeit noch unerheblich. Und ich probiere das mal eben aus und zwar macht man den Test mit dem Pitch-Knüppel. Ihr seht, die Servos laufen alle in dieselbe Richtung, aber die Richtung ist verkehrt. Okay, das war der erste Test. Die Richtung, die müssen wir dann im Pitch-Kanal noch umkehren. Und ich zeige euch mal, dass man durch Auswahl von vier Optionen halt sich eine aussuchen kann, wo alles richtig funktioniert. Meins war schon richtig, aber ich zeige es trotzdem mal, wie es verkehrt ist. Das wäre verkehrt. Da würden sie auch verkehrt laufen. Hier würden sie verkehrt laufen. Und hier müssen sie wieder richtig laufen. Genau. So, meine Servos laufen alle in einer Richtung, bloß sie laufen verkehrt rum. Das können wir dann im Pitch-Kanal des Senders umkehren. Wir müssen also den Pitch-Kanal einfach mal umkehren. Der nächste Check wäre dann, neigt sich die Tormelscheibe auch dahin, wo wir hinsteuern? Ich steuere jetzt mal roll nach rechts. Die Tormelscheibe neigt sich nach rechts. Lieber Leute, denkt dran, der Heli steht spiegelverkehrt zu euch. nach links. Und die neigt sich nach links. Das ist okay. So, dann steuere ich Nick nach vorne. Die Tormelscheibe müsste nach vorne gehen. Sie geht aber nach hinten. Das wäre verkehrt. Ich steuere Nick nach hinten. Die Tormelscheibe geht nach vorne. Also auch die Laufrichtung für Nick ist verkehrt. Und das kann man auch im Sender beheben. Da geht man dann einfach in die Servoeinstellung oder in das Servomenü rein und stellt die Laufrichtung für Nick um. In meinem Fall müsste ich also die Laufrichtung für den Pitchkanal umkehren und die Laufrichtung für den Nickkanal oder auch Elevatorkanal umkehren. Und dann ist die Welt in Ordnung. Punkt J. Einstellung des zyklischen Regelweges für das Microbeast. Ich steppe mal zu J hin. So, und am Hauptrotokopf sollten 0 Grad Pitch herrschen wie bei mir. So, jetzt könnt ihr den zyklischen Regelweg, den braucht das Microbeast und das braucht genau 6 Grad, könnt ihr mit dem Rollstick einstellen. Oh, ich fahre mal zur anderen Seite hin. Die ist mir gewohnt, ja die rechte Seite. Genau 6 Grad einstellen. Also ihr könnt bis 9 Grad fahren, bei mir gehen wir als hin, vor, zurück. Ganz gemütlich. Kaffee dabei trinken. So, genau 6 Grad stelle ich mal ein. Na, einmal gegenpusten noch. Schwierig. Allein durch die Vibrationen am Tisch arbeitet die Leere schon. Ich würde sagen, 6 Grad sind es jetzt. Genau 6 Grad eingestellt. So, und wenn ihr euch vertan habt, dann kann man mit dem Gearstick zack, das Ding wieder resetten. Und man kann das Spiel auch mal machen. jetzt stelle ich wieder meine 6 Grad ein. So. Na, okay. Die 6 Grad sind eingestellt. So, eine Bemerkung. Diese 6 Grad, das ist jetzt nicht der maximale zyklische Ausschlag der Taumelscheibe, Sondern das dient dem Microbist nur dazu, um eine Referenz zu haben, sozusagen zur internen Verarbeitung. Sollten die 6 Grad eingestellt sein. Und wenn sie dann eingestellt sind, die 6 Grad, dann sollte die Status LED blau leuchten. Tut sie das nicht, dann stimmt eure Anlenksymmetrie nicht ganz am Heli. Und ihr könntet zum Beispiel am Servohorn, an diesem zum Beispiel, natürlich an allen gleichzeitig, den Kugelkopf ein weiter nach innen hängen. Oder ihr könntet hier oben den Kugelkopf an der Taumelscheibe dafür einen längeren verwenden. Oder ihr könntet für den Innenring einen kürzeren verwenden. Oder die Blatthalteranlenkungen ein bisschen länger machen, was eigentlich schwer möglich ist. So, und das wäre es fast schon zum Einstellen der zyklischen Pitches. Ja, fast schon, habe ich gesagt. Erwähnenswert wäre natürlich noch, dass der Heli auch mit einer Status LED fliegt, die nicht blau ist, wenn sie zum Beispiel rot ist. Das heißt einfach nur, dass die Geometrie nicht optimal ist, aber dass euer Heli trotzdem fliegen wird. So, ich habe meinen Aufbau wieder ein klein bisschen verändert und jetzt kommen wir zum Punkt K. Einstellen des maximalen und minimalen kollektiven Pitches. Dazu muss ich erst mal hin. Okay, das war es. Die Pitchlehre ist schon rauf und ist ein bisschen verrückt. Ich drehe sie einmal rum. Damit, und das ist auch wieder ganz wichtig, meine Lieben, die Blatthalter genau parallel zum Heckrohr stehen. Das ist wichtig bei allen Pitcheinstellungen am Heli, die ihr am Heli vornehmt. Jo, und jetzt werden wir mal sehen, was geht. Und zwar stelle ich erst mal den kollektiven Pitch ein für den negativen Bereich. Und das macht man, ihr seht es, durch den Gearstick. Und ich stelle immer symmetrische Bereiche ein, nämlich plus, minus zwölf Grad. Das, was ich dann wirklich fliegen will und werde, das stelle ich dann an den Pitchkurven genau ein. So, minus zwölf Grad liegen an und jetzt stelle ich noch plus zwölf Grad ein. Da blendet gerade ein bisschen was. Ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Jo, elf Komma neun, zwölf Grad, zwölf Grad, knapp über zwölf Grad, zwölf Punkt eins. So eine Pitchlehre, elektronische, ist sehr empfindlich. Allein, wenn man schon wackelt, seht ihr, kann man die Werte schon ein bisschen verändern. Also, Zehntelstellen sind ja nun mal nicht vier Grad. Jo, okay, plus, minus zwölf Grad sind eingestellt und wie gesagt, der Rest, was man denn wirklich fliegen möchte, zum Beispiel, minus vier Grad und plus zehn, das könnt ihr dann an den Pitchkurven im Sender einstellen. So, und wieder ein klein bisschen umgebaut. Der nächste Menüpunkt, das wäre dann der Menüpunkt L, Einstellung der zyklischen Taumelscheibenbegrenzung und da gehe ich jetzt kurz mal hin, KL, So, okay, was machen wir da? Da können wir also die maximale Neigung der Taumelscheibe einstellen, so dass sie nirgendwo anschlägt. Ihr müsst also verschiedene Taumelscheiben Stellung anfahren, fahrt die Taumelscheibe mal in Extremstellung rauf und runter und guckt, ab Gestänge anschlagen, ab Servos irgendwo gegenschlagen und wenn dem so ist, dann haltet ihr am besten den Stick in irgendeine Richtung, damit ihr was sehen könnt beim Einstellen. Ich mache es mal so und jetzt könnt ihr mit dem Gear Stick könnt ihr die Begrenzung einstellen, so viel ihr wollt. So, und wenn ihr jetzt die Statusled beobachtet, dann geht die irgendwann auf Rot, jetzt zum Beispiel. Das heißt, ihr habt zu viel begrenzt und das Microbeast hat zu wenig Steuerweg übrig. Also es sollte immer eine blaue Statusled lampen. Das lasse ich mal so. Meine ist gerade blau. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen mehr begrenzen wieder. Falsche Richtung. So. Alles ausprobieren, ab nirgends, wo was anschlägt. Ob alles im grünen Bereich ist. Ob die Servohörner nicht schon zu hoch stehen. Ja, ich finde, das sieht ganz gut aus. Okay. Und das wegzulassen. Typische ist gut. Zyklische Taumelscheibenbegrenzung. Man sollte also immer so viel einstellen, wie maximal möglich ist, damit man das Microbeast auch vernünftig regeln kann. Und dann ist man immer auf der grünen Seite. So, und ich sehe gerade, ich habe wieder einen rumgefummelt. Ich sehe gerade, dass meine Leuchtdiode auf Rot ist. Ich wollte sie auf Blau haben. Gerade Blau, würde ich sagen. So, gerade Blau. Okay. Jetzt bin ich sozusagen im roten, blauen Bereich. So, beim nächsten Menüpunkt müssen wir die Sensorrichtung, die Sensorwegrichtung der Taumelscheibe einstellen. Das heißt also, gleicht also das Microbeast die Bewegung des Helis auch richtig aus. So, ich drehe den erstmal so rum, den Heli. Wir haben da vier Einstellmöglichkeiten, unter denen wir wählen können und es trifft immer irgendwie eine Kombination. Passt also immer. Der Test ist also folgendermaßen, man kippt den Heli an und die Taumelscheibe muss sich entgegenrichten, sozusagen. Ich kippe den Heli nach vorne und die Taumelscheibe müsste nach hinten gehen. Also immer entgegen der Kipprichtung des Helis. Das mache ich jetzt mal. Ihr seht es, die Taumelscheibe, ich drehe noch mal ein bisschen rum, die Taumelscheibe kippt nach hinten, während ich den Heli nach vorne bewege. Das stimmt also, okay. Und jetzt die andere Richtung für Roll. Mein Autofokus hat so seine Probleme heute. Ich kippe den Heli an und ihr seht, hoffentlich jedenfalls, die Taumelscheibe neigt sich in genau dieselbe Richtung. Das ist also völlig verkehrt, müsste also in die andere Richtung gehen. Okay, probiere ich eine andere Kombination aus. Ich schalte jetzt eine andere Leuchtdiodenfarbe ein, die ist im Augenblick rot bei mir. Ich kippe den Heli an oder vielmehr, ich kippe ihn zur Seite und ihr seht, die Taumelscheibe neigt sich entgegen. So soll es sein, so stimmt es. Jetzt muss ich natürlich diese Richtung checken wieder. Stimmt es hier noch? Ich kippe den Heli nach vorne und die Taumelscheibe neigt sich nach hinten. Wunderbar! Und somit ist die Welt in Ordnung, meine Lieben. Also eine von den vier Auswahlmöglichkeiten passt immer. Ihr müsst einfach mal durchprobieren. Der letzte Menüpunkt N, der bezieht sich auf die Pirouettenoptimierung oder wie ich immer so schön sage, Pirouettenoptimierung. Das sorgt also dafür, dass der Heli bei Pirouetten gerade weiterfliegt und nicht irgendwie so komisch taumelt. Das Prinzip ist folgendes, die Taumelscheibe hat sich schon schräge gestellt, automatisch. Und beachtet bitte diese linke Seite, die ist jetzt oben. Und wenn die Pirouettenoptimierung stimmt, dann bleibt die linke Seite auch oben, wenn man den Heli dreht. Und ihr seht es, die linke Seite bleibt oben. Okay. Ich drehe mal zurück und die linke Seite bleibt oben. Okay. Das stimmt also bei mir, aber ich führe es ja gerne nochmal vor, wie es verkehrt ist. So. Die linke Seite ist oben. Ich drehe jetzt und wie ihr seht, ist mit mal die rechte Seite der Taumelscheibe oben. So ist es verkehrt. So wollen wir das nicht haben. X-Tellert wieder zurück. So. Linke Seite oben. Linke Seite immer noch oben. Ja, und leider könnt ihr diese tolle kleine Tabelle nicht sehen, denn ich kann unmöglich filmen, wenn ich den Heli bewege. Jo. Das war es nun zur Pirouettenoptimierung und jetzt noch einmal drücken auf den Taster und das Setup wird beendet. Die Taumelscheibe macht klick, 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 geht rauf und runter und die Sache ist somit erledigt. Okay, alles klar. So meine Lieben, weiter geht es. Werfen wir nun noch mal einen kurzen Blick auf die Potentiometer des Microbeastes und was es damit auf sich hat. Ja, wir haben hier ja drei Potentiometer zum Einstellen. Einmal P1, P2 und das Potentiometer P3. Ja, das Potentiometer jenes hier, das Potentiometer P1 ist für die Taumelscheibenempfindlichkeit zuständig. Das ist vergleichbar mit der Geneinstellung für das Heckgyro zum Beispiel. Es funktioniert ähnlich. Je weiter dieser Regler aufgedreht wird in den Plusbereich hierhin, umso härter rastet der Heli ein und je weiter der Regler oder dieses Potentiometer zurückgenommen wird in den Minusbereich, umso weicher rastet euer Heli ein. Man kann auch so folgendermaßen vorgehen. Man stellt erstmal das Potentiometer auf Mitte, startet den Heli und guckt, ob er überhaupt fliegt. Das wird er sicherlich tun. Und dann dreht man das Potentiometer vorsichtig immer weiter in den Plusbereich rein, bis der Heli anfängt, sich aufzuschaukeln. Und wenn er das tut, dann ist die Empfindlichkeit an diesem Regler oder für die Taumelscheibe, für Nick und Roll übrigens, ist viel zu hoch und man muss das Potentiometer ein bisschen zurücknehmen. Das muss man im Schwebeflug durchführen und auch ganz besonders kritisch. Im schnellen Vorwärtsflug sollte man das auch testen. Und wenn der Heli im Schwebeflug und im schnellen Vorwärtsflug dann einwandfrei fliegt, das heißt, er schaukelt sich nicht über Nick und Roll auf, dann stimmt die maximale Empfindlichkeit der Taumelscheibe oder dieses Potis für Nick und für Roll. Und für kleine Helis sollte dieses Poti ein bisschen zurückgenommen werden. Also zum Beispiel sollte es dann nicht auf 12 Uhr stehen. Ich gucke also immer von hier aus. Die Mitte ist für mich also immer 12 Uhr. Vielleicht sollte es dann auf 11 Uhr oder 10,5 Uhr stehen. So, ich würde sagen, für Helis 250er Größe sollte man das für den ersten Flug ein bisschen zurücknehmen. Ja, und das zweite Poti, das ist für den Taumelscheibendirektanteil zuständig. Das heißt also, die Steuersignale, die vom Sender kommen und in das Microbeast gelangen, werden an der Regelung sozusagen vorbeigeschleust und direkt an die Taumelscheibenservus weitergeleitet. Und die Taumelscheibe wird schon mal ein bisschen vorgesteuert, ohne die Regelung zu benutzen. Das heißt also, wiederum dreht ihr die Spoti weiter in den positiven Bereich. Dann habt ihr mehr Direktanteil auf der Taumelscheibe für Nick and Roll und das heißt dann, dass der Heli sich etwas knackiger anfühlt. Entsprechend dreht ihr die Spoti dann in den Minusbereich. Dann fühlt sich der Heli etwas weicher und schwammiger an. Das müsst ihr halt ausprobieren, was ihr da haben möchtet. Die Mittelstellung ist auf jeden Fall erstmal eine gute Basis, um die persönlichen Einstellungen zu finden. So, der letzte Regler, das Ding, heißt P3 und ist für die Heckdynamik zuständig. Kann irgendwie keiner was mit anfangen, mit dem Wort Heckdynamik. Also dieses Poti stellt halt ein, wie stark oder wie weich oder hart euer Heck einrastet. Dreht ihr das Poti weiter in den Plusbereich, dann rastet euer Heck härter ein, dreht ihr das Poti in den Minusbereich, dann rastet euer Heck weicher ein. Ab euer Heck überhaupt einrastet, das stellt ihr natürlich nicht mit diesem Poti ein. Da hat dieses Poti keinen Einfluss drauf. Das stellt man nur mit dem Gyrogen ein für das Heck. Da habt ihr hier zu viel eingestellt, also zu doll in den positiven Bereich, dann kann es vorkommen, dass das Heck eventuell zurückschwingt und ihr müsst das Poti ein bisschen zurücknehmen. Habt ihr zu wenig Heckdynamik eingestellt, also ihr seid dann im Minusbereich mit dem Poti, dann fühlt sich das Heck eventuell beim Einrasten sehr weich und sehr schwammig an. Auch da müsst ihr das mal ausprobieren, was ihr für Einstellungen für euren Heli braucht. Und zu dieser Einstellung kann man noch sagen, dass man als allererstes erstmal das maximale Gen des Hegges erfliegen sollte. Das heißt also, ihr stellt euer Gen so hoch ein, dass sich das Heck nicht aufschwingt und zwar am Sender. Das Gen am Sender ist gemeint. Und wenn das stimmt, erst dann könnt ihr das Feintuning mit diesem Poti P3 Heckdynamik vornehmen, wenn ihr da überhaupt noch was anmachen müsst. Ich habe meine drei Poti's an meinem Pro, an meinem 450 Pro alle in Mittelstellung gebracht, bin geflogen und der Heli flog also auf Anhieb. Ich habe dann noch diese Empfindlichkeit, das Poti für die Empfindlichkeit, das habe ich ein bisschen hochgesetzt bei mir, weil ich sehr gutes Servus drin habe und somit war die Sache geritzt und der Heli flog super, super gut. So, nun noch ein abschließendes Wort zum Gyro-Gen, also dem Gen, das für das Heck zuständig ist und das das Stoppen und die Performance des Hecks einstellt. Das wird ja am Sender eingestellt und wenn man jetzt das Gyro-Gen am Sender wechselt, das kann ich mal zeigen, ich habe mir das mal auf die Spoti gepackt hier, ich dunkel das mal ein bisschen ab, damit man das besser sieht, dann sieht man, dass sich Leuchtdioden an dem Microbeast bewegen, ich ändere jetzt also das Gen am Sender und ihr seht, so wie man das Gen am Sender ändert, ändern sich die Leuchtdioden am Microbeast, das ist halt eine optische Darstellung, was für ein Gen am Microbeast anliegt und empfohlen wird eine Gain-Einstellung für die ersten Versuche zwischen F und G, so wie es jetzt zu sehen ist, also mit F kann man auf keinen Fall was verkehrt machen und noch ein Wort zu dieser Geschichte, entscheidend ist nicht, was ihr am Sender für eine Gain-Bit eingestellt habt, entscheidend ist nur, mal wieder eben abdunkeln, was für ein Wert bei euch am Microbeast ankommt, also in diesem Fall die Leuchtdioden F. und das ist immer ein guter Startwert für das Heckgehen am Microbeast. Jo, meine Lieben, einen habe ich noch und das war es dann auch mit dem Setup des Microbeastes. Es gibt ja noch ein Flugparameter Menü im Microbeast und wie man da reinkommt, das werde ich euch gleich mal zeigen. Das wird dann genauso eingestellt oder die Optionen werden genauso eingestellt wie das andere Setup auch, nämlich durch den Gearstick und dann werde ich danach kurz die einzelnen Optionspunkte mal erklären, was sie so zu bedeuten haben. Ja, folgendermaßen kommt man in das Parameter Setup oder in das Flugparameter Setup rein, kurz drücken des Buttons des Buttons dann blinkt die Leuchttiode A und sagt uns wir sind im Parameter Setup drin so ich werde meinen anderen Punkt anwählen einfach und durch Betätigen des einmal abdunkeln wieder Gearsticks können wir halt verschiedene Parameter auswählen oder Optionen auswählen die wir halt so brauchen da müsst ihr mal euer Menü befragen was denn was zu bedeuten hat und wir haben Menüpunkte bis Punkt H zur Verfügung Punkt H wäre der letzte Menüpunkt und durch nochmaliges drücken verlassen wir das Parameter Setup wieder ihr seht es nichts Lampen mehr und ich werde gleich im folgenden mal erklären was die einzelnen Punkte denn so zu bedeuten haben so ich gehe nochmal wieder rein und beschreibe jetzt die einzelnen Punkte mal 21 22 ihr seht ihr seid im Punkt A drin und im Punkt A kann man halt sozusagen eine Trimmung der Taumelscheibe vornehmen falls also euer Heli bei Pirouetten nicht nicht gerade fliegt oder taumelt oder beim schlagartigen Pitch geben nicht gerade nach oben steigt könnt ihr mit dem mit dem zyklischen Stick also Nick und Roll die Taumelscheibe verstellen ihr seht das man kann kaum was sehen es tut sich kaum was es sind ganz kleine Schritte da könnt ihr die Taumelscheibe trimmen und wenn euch das nicht passt könnt ihr das auch wieder zurücksetzen mit dem Gear Stick zack jetzt hat man es gesehen das selbe kann man natürlich auch für Nick machen die Taumelscheibe in der Nick Richtung trimmen es sind ganz ganz kleine Schritte kaum zu sehen und auch das kann man wieder zurücksetzen mit dem Nick Stick so ganz wichtig habt ihr die Taumelscheibe mit dem Zeit Klick Stick getrimmt also für Nick und Roll und speichert das indem ihr zum nächsten Menüpunkt geht dann ist diese Position als neue neutral Position der Taumelscheibe gespeichert und ihr könnt das nicht wieder rückgängig machen ja auf zum nächsten Menüpunkt dem Menüpunkt Nummer B ok jetzt kann man es sehen einmal abdunkeln ja im Menüpunkt B könnt ihr das Steuerverhalten einstellen das heißt also euer Heli aggressiv oder eher soft fliegt schaut ins Manual rein dort ist beschrieben welche Farben für was zuständig ist man kann zwischen Normal Sport Pro Extrem Sender und eigenes wählen eigenes Steuerverhalten das wird dann mit der Software eingestellt mit dem Micro Beast Micro Settings wählt ihr ein keine Einstellung für Dual Rate und Expo vornehmen ich habe meine Einstellung meistens auf Sender gestellt in diesem Fall Lamp die Status LED blau mal wieder schwer zu erkennen weil meine Kamera zu hell aufnimmt das ist eine blaue LED meine Lieben ich stelle also gerne meine mein Flugverhalten am Sender ein das heißt ich stelle halt da Dual Rate und Expo Werte ein ja das ist für diesen Menü Punkt zu sagen und für absolute Anfänger ist natürlich der Menü Punkt normal empfehlenswert weil der Heli da sehr wenig Drehrate über Nick und Roll hat und auch sehr wenig Drehrate auf dem Heck so der nächste Menü Punkt das ist der Menü Punkt C genau der Menü Punkt C beschreibt das beschreibt die Taumelscheiben Auf Bäum Kompensation was ist das denn wieder also zum Beispiel ihr fliegt ganz schnell vorwärts und gebt schlagartig Pitch und euer Heli zieht die Nase nach oben und wenn ihr Pitch raus nehmt oder Pitch nach unten drückt dann drückt euer Heli die Nase nach unten das kann man dann mit einer Delfin Bewegung vergleichen fliegt also nicht schlagartig rauf und nicht schlagartig runter sondern dann bewegt sich mehr wie so ein Delfin durchs Wasser das könnt ihr durch diese Einstellung kompensieren voreingestellt ist Mittel ich habe bei mir auch Mittel gelassen falls also euer Heli beim schlagartigen Pitch die Nase hoch zieht dann müsst ihr die Einstellung mal ein bisschen erhöhen ja und das ist auch wieder dieser Menü Punkt und auch hier gibt es einen Menü Punkt aus das wäre der nächste Menü Punkt ist der Menü Punkt D mal wieder zeigen Menü Punkt D ist angewählt und hier könnt ihr einstellen wie gleichmäßig das Heck sozusagen dreht also im Menü Punkt D stellt ihr den Heating Lock Anteil für den Heck Kreisel ein also zum Beispiel fliegt ihr vorwärts und fliegt beim Vorwärts fliegen macht beim Vorwärts fliegen eine Pirouette oder mehrere Pirouetten und euer Heck dreht unregelmäßig also nicht gleichmäßig dann müsst ihr halt hier den Heating Lock Anteil oder auch Heating Holt Anteil oft genannt müsst ihr einfach erhöhen zu hoch eingestellte Werte im Heating Holt Anteil sind eigentlich eher kontraproduktiv und führen zu wirklich merkwürdigen Verhalten des Heck Kreisels also seid vorsichtig beim Einstellen des Heating Lock Anteils Der Menüpunkt E einmal weiter ein weiter steppen zu E hin Ui da blinkt ja was Ja mit dem Menüpunkt E kann man die Knüppeltotzone einstellen das heißt also die Zone wo noch keine wo der Heli eigentlich noch keine Reaktion zeigt ich versuche das mal vor zu führen also die Knüppeltotzone ist die Zone man bewegt den Knüppel und es tut sich nichts am Heli warum Knüppeltotzone weil einige Fernsteuersender die finden halt die Knüppel Mitte nicht wieder weil die Potis einfach schlecht sind oder sagen wir mal vorsichtig nicht gut genug sind und somit würde das für das Microbeast einen andauernden Steuerbefehl bedeuten somit stellt man eine Knüppeltotzone ein oder wenn der Knüppel die Mittelstellung nicht wieder exakt findet das ist der Sinn dahinter liebe Leute Knüppeltotzone sie ist also voreingestellt mit Rotblinken das heißt Knüppeltotzone 2 und das habe ich bei mir auch so belassen weil ich damit also keine Probleme habe habt ihr eventuell Probleme mit der Knüppeltotzone oder euer Sender findet irgendwie die Knüppel Mitte nicht wieder richtig weil die Mechanik schlecht ist ihr werdet den Heli ganz schlecht in der Schwebe halten können wenn die Knüppeltotzone einfach viel zu hoch und viel zu viel eingestellt ist ja der nächste Menüpunkt das ist der Menüpunkt Nr. F das ist die Heckdrehmoment Vorsteuerung was bedeutet denn das nun wieder also man kann das folgendermaßen erklären wenn man Pitch gibt werden die Heckblätter schon mal angesteuert um die Arbeit des Gyrus oder dem Gyro die Arbeit ein bisschen zu erleichtern genauso wenn ihr Roll gebt und wenn ihr Nick gebt wird das Heck auch schon ein bisschen angesteuert es muss natürlich in die richtige Richtung angesteuert werden das heißt also bei Knüppelbewegung müssen die Heckblätter so angesteuert werden dass das dem Drehmoment entgegen wirkt das müsst ihr halt ausprobieren es gibt da ein paar Möglichkeiten schaut euch die Tabelle an was ihr Heckvorsteuerung und mein Heli also mein Rex Pro der fliegt sehr gut damit fliegt sehr gut ohne Heckvorsteuerung so ich habe ein bisschen umgebaut und bin mal zum Heck gewandert die Heckdrehmoment Vorsteuerung ist eingestellt und bei mir funktioniert es natürlich in die richtige Richtung also das Drehmoment muss ja so ausgeglichen werden dass das Heckrotorblatt bei Drehmomentänderung in meine Richtung hier hin zeigt oder auch geht und jetzt zeige ich euch die Auswirkungen ich gehe von Pitch Mitte aus gebe positiv Pitch und das Heck wird schon mal angesteuert ihr seht es ich gehe wieder Pitch Null und gebe jetzt negativ Pitch und das Heck wird in dieselbe Richtung ausgelenkt um das Drehmoment schon mal auszugleichen das wäre die Pitch Geschichte und dasselbe passiert auch bei Nick und Roll ich sagen das war Nick ich gebe Nick in eine Richtung es macht sich ein Drehmoment breit und dasselbe passiert auch bei Roll dort geht das Heckblatt auch immer entgegen des Drehmomentes ihr seht es wer es braucht kann es einstellen ich brauche es nicht und ich habe es deaktiviert bei mir ja der nächste Menüpunkt Menüpunkt G ich schalte mal hin der stellt das zyklische Ansprechverhalten ein das heißt also wie aggressiv euer Heli auf die Steuerbefehle für Roll und für Nick reagiert normalerweise ist es ja so dass bei Flyball Einheiten die Steuerung oder die Steuerfunktion eher linear ist oft wird sie auch als sehr technisch und sehr digital bezeichnet dem kann man ein bisschen abhelfen indem man das zyklische Ansprechverhalten ein bisschen erhöht normalerweise steht es auf normal also violett in diesem Fall da habe ich es auch so gelassen und falls euch das nicht ausreicht falls ihr also das Steuerverhalten einem Paddelheli mehr annähern möchtet stellt einfach das Steuerverhalten ein bisschen höher ein wie ja schon erwähnt es geschieht alles mit dem Gearstick und ihr müsst mal ausprobieren was euch da eigentlich gefällt ja der letzte Menüpunkt das wäre dann der Menü Punkt zack H ist eine Pitch Verstärkung oder auch als Pitch Boost bezeichnet das heißt also wenn ihr Pitch gebt dann wird nochmal ein bisschen Pitch beaufschlagt und je schneller ihr Pitch gebt umso schneller ändert sich euer Pitch Wert am Heli die absoluten Pitch später bleiben also gleich es wird also nur im Prinzip mehr Pitch in einer kürzeren Zeit beaufschlagt das heißt also die Pitch Änderung die kriegen nochmal sozusagen einen Tritt in den Hintern und das führt zu einem sehr sehr aggressiven Pitch Verhalten des Helis ich habe die Pitch Boost Verstärkung generell ausgeschaltet denn ich brauche sie nicht außerdem braucht man dafür sehr sehr gute sehr schnelle Servos und eine kräftige BEC seh jo liebe Leute das war es jetzt mit dem Setup des Micro Beast ich hoffe natürlich dass euch die DVD ein bisschen geholfen hat und das eine oder andere Wissensloch oder die eine oder andere Wissenslücke geschlossen hat im Prinzip fliegt der Heli jetzt schon im Augenblick noch mit plus minus 12 Grad ihr müsst natürlich jetzt noch eure eigenen Pitch einstellen zum fliegen und das geschieht natürlich dem was ihr braucht und dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Fliegen mit dem Micro Beast euer Heli Ernst aus Tespil Bye Bye